Die Goldene Künstlergala 2018 Heute Wommi Wunder bzw. Elfriede Schäufele Wir schwätzen nicht gerne miteinander, wir zwei Also Wommi und ich, das ist so, ja man kennt sich, man schwätzt übereinander, aber nicht miteinander Gleich ein Friseurhänder Ja, als Elfriede Schäufele ist natürlich wieder was ganz anderes, eine ganz andere Figur Also was macht es aus? Ja, Elfriede ist halt ein bisschen direkter und bodennah und näher am Puls des Volkes Und die Wunder, die ist immer so philosophisch und ein bisschen so wortlastig Und ich bin dann gerne ein bisschen so direkter Aber frech sind sie beide? Natürlich, wir mögen uns auch so vom Weggucken, wie gesagt Ja, jetzt haben wir ja vorhin einiges über die Elfriede Schäufele erfahren Sie singt beim Gotthilf Fischer mit, ein eigener Chor? Ich bin erste Vorsängerin, wir lieben uns seit 30 Jahren heiß und innig Sehr schön, und dann habt ihr unten einen kleinen Chor gegründet, oder wie war das? Die Schäufele Singers, so eine Unterabteilung von den Fischer Chöre Abgesegnet von Gotthilf persönlich Okay, immerhin ist er jetzt glaube ich schon 90 oder 92? 90 Nächstes Jahr 90? Nächstes Jahr 90, übernächstes Jahr 92 Ja, genau Ja, Elfriede Schäufele, wo findet man die sonst? Wo tritt die überall auf, außer beim Fasching? Ja, immer bei Fräulein Wommi Wunder Ich gucke, dass bei der ein bisschen Niveau ins Programm kommt Taucht da immer mal wieder auf, wenn Wommi Wunder irgendwo ist? So ungefähr, ja, nach der Pause übernehme ich dann gerne mal das Ruder Und da kommt natürlich so richtig Schwung in die Bude Natürlich, natürlich Wer ist das mit dem? Der ist gut Der ist frisch, fromm, fröhlich, frei Der sieht noch sauber aus Ja, der kommt bis in die kleine Stürze Na, dann kann eigentlich schief gehen Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend Gleichfalls, danke schön, mach's noch gut Oh Mädel, Spätzle mit Soß Das muss dein alter Kocher, Spätzle mit Soß Dann kommt der angekochte Spätzle mit Soß Und dann geschieht doch, steigt mal sich Und wählt doch, hey, 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 Spätzle mit Soß Da kann steig gehen, wo wirkt das Spätzle mit Soß Dann deine Ehe rett das Spätzle mit Soß Das ist ein Liebes-Elektrier Komm, probier!